Luft anhalten Wie, da ist Schatten, den hab ich gar nicht gesehen Das ist irre, das ist irre, das ist irre Boah, ja, ganz ruhig, Junge Ich glaube, der Turm ist nicht besonders stabil Ich glaub, ich allerdings... Oh, ne Falle Scheiße Stoß den in die Säule Wollt ihr ihm den Rücken kratzen? Tut es einfach... Scheiße Nö, nicht der schon wieder Ich glaub, ich brauch ein größeres Schwert Was? Achso Ihr habt eure Seele verkauft, um so auszusehen? Stoß den in die Säule Der verrückte König ist zum Kossen Den kann man nicht besiegen, der ist unstäblich Aua Wie soll ich ihn denn stoßen? Das ist Ormas' Sturm Ariman hat hier keine Macht Armas' Sturm Nein Ich glaube, er hat mich zerquetscht Ach, seht ihr den Fangkuchen da unten? Das bin ich Scheiße, erstmal ehrlich Ich kann ihn nicht besiegen Wie soll das gehen? Ja, ich lock ihn einfach hierhin Was soll denn jetzt? Hops Hops Dann geht euch das Bäm, Bäm Da haben Autsch Los Die Amor sind Geschichte Wie? Kommt schon Ihr könnt es schaffen Wir müssen es schaffen Das war's Wie kann man dieses Ding bloß aufhalten? Das freu ich mich die ganze Zeit schon Boah, der ist ja wahnsinnig Wo ist denn das zweite Maulwerk da hinten, ne? Wie soll man das Monster aufhalten? Wollt ihr und Ariman euer Gespräch lieber alleine fortsetzen? Hey Ormas, wenn du da bist Jetzt wäre ein guter Moment, um zu helfen Irgendwas hat es böse gemacht Hey Ariman, wenn du mich hören kannst Du kommst nicht raus Scheiße Oh, scheiße, 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 scheiße Ja, ich bin offen Danke Hat er mir etwa den Bauch aufgeschlitzt Bin ich deswegen offen, oder was? Klatsch Ey, ich bin jetzt offen Ich sehe jetzt aus wie Kartoffelpuffe, ey Das ist ja echt wahnsinn Boot, 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 boot Oh, komm, lecker, lecker, ham, ham Lecker, ham, ham Scheiße, jetzt mach dich unverwundbar Autsch Bleibt stark. Hüpfen. Ab. Verruh! Äh. Das ist neu. Klatsch. Steht auf, bitte. Der dreht immer die Position um. Das ist scheiße. Ich kann ihn nicht erreichen. Muss er, glaube ich, auch nicht. Lebend! Sterben! Kacke, wie soll man denn besiegen, Alter? Das ist doch unschaffbar. Wieso ist der Säule in meinem Rücken? Ich muss näher ran. Ja. Ja. Hoffentlich fällt ihr weiter drauf rein. Ich habe sogar das Gefühl, Ariman spricht selbst aus ihm Ich habe das Gefühl, dass Ariman eine Frau ist Das kommt mir irgendwie so, keine Ahnung Kann das noch schlimmer werden? Ich weiß das gar nicht Das ist auch eine Männerstimme Leben! Jetzt los! Oh, voll in die Fresse Autsch Oh scheiße, das ist die falsche Richtung Was war denn das? Oh jeh! Oh jeh! Zählt das noch? Neh, zählt nicht Ja, das zählt Hat er schon, hat er schon Was jetzt? Wir haben keine Säulen mehr Ich glaube, wir brauchen auch keine Mäß Irgendwie Durch den Wind Oh, er macht sich zum Schatten und verschwendet einfach Wenn sterben Dann bitte nicht unter einem Haufen Steine Ich mag meine Figur Die Mädchen mögen meine Figur Ähm... Wie viele Götter habt ihr verärgert? Ach, hauen wir einfach hier ab Ähm... Wie kommen wir hier raus? Da oben! Wir können raus auf den Balkon Lasst uns verschwinden Scheiße Ich fürchte, bald herrscht ihr über einen Turm weniger Möglich ist das Ich habe keine Bock Keine... Ich habe keine Bock hier Oh, der König ist ja kompliziert Ich sehe keinen Weg hin nun Wir müssen nach oben Zum fruchtbaren Gebi Hin nun Gebi Warum werden einfach hier die Dinger abgehackt? Das ist doch schade Falls ihr es nicht bemerkt habt Hier stürzt alles zusammen Dann müssen wir zum fruchtbaren Gebiet Wenn der Turm es unter sich begräbt Und was, wenn er uns begräbt? Gibt's bei eurem Ormast eigentlich sowas wie ein Paradies? Oh ja, die besten Weine, Frauen und Teppiche Vielleicht gibt es sogar Esel Die Geschichte lässt euch nicht los, wie? Die macht sich über dich lustig, Junge Du, das merkst du gar nicht Scheiße, das hat gerade was runtergefallen Ich habe für einen Moment gedacht, das ist ein Fahrstuhl oder sowas Ein Fahrstuhl Das dachte ich jetzt gerade echt Kacke Na gut Der braucht schon Treppen Wir können über diese Mauer da Wenn euer Volk zu Habt ihr einiges wieder aufzubauen? Ich wollte nun mal seinen Satz beenden Warum erbringt ihr einen Turm, der gleich einstürzen wird? Sarkasse Und jetzt? Um den Turm herum Wir müssen diesen Ring erreichen Das finde ich dann nichts leichter als das Ops Ja genau, betet Aber betet doch bitte gleich für uns beiden Sehr großzügig von euch, mein Leben für euren Gott zu riskieren Geht weiter Sieht es so aus, als wollte ich anhalten Ich will eure Zweisamkeit ja nicht stören, aber es bebt die Erde hier Ich bin kein schlechter Mensch Klar, ich habe schlimme Dinge getan Aber das hier habe ich nicht verdient Ich glaube ja nicht mal an euren Gott Oder an Ariman Also was wollen die von mir? Ariman will mich töten Der Turm will mich töten Ist überhaupt irgendwer auf unserer Seite? Ja, Gordon Freeman Boah, da regt sich aber auf Habt ihr denn keine Sache, an die ihr glaubt? Diese Sachen sind die Träume anderer Menschen Ich will meinen eigenen Traum leben Mein Brückenverkäufer würde hier das Geschäft seines Lebens machen Wohin jetzt? Tja, er ist so Ah, lalalala, äh Und dann ist Achso, ja Scheiße Nö, nö, nö Ich möchte die fliegende Scheiße Die fliegende Scheiße aus Half-Life ist zurück Ah, bam, 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 bam Bamm, bam, 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 bam Ding, 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 ding Dom, dom, dom Lasst die Finger vorne Mach nur hin Nein Scheiße Das ist so scheiße So richtig scheiße Ich hab Angst vor die fliegende Kacke Vor den Schatten, der fliegt Oh Kacke Seid doch bitte vorsichtiger Entschuldigung Scheiße, ey Ah, da ist es wieder Ihhh, weg, geh weg Scheiße, scheiße, scheiße Mach hinne, mach hinne Springen, springen nochmal Und springen Und safe Oh, noch nicht ganz Aber jetzt Ah, da ist es wieder Ich will hier nur weg Oh ne, das ist gemeint, das ist gemeint Nein Och man, der Sack hat's genau in dem Moment gemacht, wo ich losstarten wollte Nein, da ist es wieder Oh man Boah, das war knapp Habt ihr's gesehen? Au Au Autsch Scheiße Wie soll ich da an rüber kommen? Ohne die Dunkelheit Kann ich gut begreifen, warum ich Au, au Irgendwie funktioniert das hier jetzt noch nicht so richtig, wie ich das will Okay, out of time